Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Episode 2 dieses Kapitels Messkonzepte nachhaltiger Entwicklung und Sie können hier in der Überschrift sehen alternative Wohlfahrtsindikatoren. Könnte man natürlich fragen, alternativ zu was? Zum Bruttoinlandsprodukt natürlich und da hatten wir aber gerade eigentlich schon festgestellt, das Bruttoinlandsprodukt zwar so genannt wird, als Wohlfahrtsindikator aber eigentlich keiner ist. Gut, im Anschluss an diese Episode werden wir dann wieder auch eine Diskussion haben, wo wir die eine oder andere Frage nochmal aufgreifen und diskutieren werden. Kommen wir zu den Lernzielen dieser Episode. Lernziel 1. Sie haben verschiedene Konzepte zur Messung der nachhaltigen Entwicklung kennengelernt. Darum geht es jetzt, dass ich Ihnen also ziemlich stark ausgerichtet auf das Thema der nachhaltigen Entwicklung Messkonzepte vorstellen möchte, die mit Sicherheit geeigneter sind, zumindest geeigneter sind als das Bruttoinlandsprodukt, also Wohlfahrtsmaß. Das Lernziel 2. Sie können die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte benennen und erläutern. Das deutet schon darauf hin, dass nicht alle diese Konzepte leicht vorteilhaft sind für das Leitbild nachhaltiger Entwicklung. Und schließlich das Lernziel 3. Sie können die Schwierigkeiten bei Konzepten und Berechnungen solcher Indikatoren nachvollziehen. Nicht im Einzelnen natürlich, sondern nur von der Tendenz her. Auch gerade im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt und damit wird dann auch sicher etwas deutlicher, warum sich das Bruttoinlandsprodukt so lange und so gut halten konnte. Kommen wir zur Gliederung. Einführung. Und da kommen wir als zum ökologischen Fußabdruck. Da sehen Sie schon diesen Fußabdruck und die Frage ist, ist dieser Fußabdruck womöglich, darum geht es nämlich hier, ist dieser Fußabdruck vielleicht zu groß? Beherrschen wir zu viel von dem, was uns zur Verfügung steht und was bedeutet das? Dann kommen wir zu einem zweiten Indikator. Und da kommen wir dann auch wiederum zu einem wohlbekannten Ökonomen zurück, nämlich zu Amartya Sen, der diesen Indikator Human Development Index sehr stark mitentwickelt und geprägt hat. Dann kommen wir zu einem weiteren Indikator, der sehr stark schon begrifflich in Richtung Nachhaltigkeit geht. Sustainable Economic Welfare oder Index of Sustainable Economic Welfare. Und schließlich kommen wir dann zu der Kommission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Entsprechend der sogenannten Stieglitz-Senn-Fitussi-Kommission, die damals, darauf komme ich dann am Ende noch mal zurück, die damals von dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs, nämlich Sarkozy, ins Leben gerufen wurde und die einen sehr, wie ich finde, interessanten und anregenden Bericht geschrieben haben, auf den ich mich gerne auch im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung berufe. Kommen wir zur Einführung. Um es noch mal kurz aufzugreifen, in der letzten Episode wurde aufgezeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt nur ein unzureichendes Wohlfahrtsmaß ist. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch mal auch so ein bisschen das reflektieren oder zurechtrücken, indem wir natürlich sagen können, das Bruttoinlandsprodukt ist ein ökonomischer Indikator. Er soll die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft messen und der ist nicht als Nachhaltigkeitsindikator angelegt gewesen. Das müssen wir sehen und insofern sollte man die Kritik zunächst erst mal darauf ausrichten, dass eben nicht alle Leistungen in das Bruttoinlandsprodukt eingehen, nicht alle Leistungen einer Nation eingehen. Das hatten wir schon behandelt. Aber man muss vorsichtig sein, diesem Indikator alle möglichen Schlechtigkeiten sozusagen zuzuordnen, weil er inhaltlich eben abgegrenzt ist, wie er abgegrenzt ist. Es sind Schwächen bei der Bewertung der ökologischen und sozialen Situation in den betrachteten Volkswirtschaften deutlich geworden. Ich glaube, das ist sehr klar, aber wie gesagt, das war auch nicht in der Intention dieses Indikators. Und insofern kann man sagen, im Zusammenhang mit dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung brauchen wir sicher einen anderen Indikator, weil dieser Indikator darauf gar nicht ausgerichtet ist. In dieser Episode sollen verschiedene Indikatoren vorgestellt werden, die versuchen, Schwächen des Bruttoinlandsproduktes zu kompensieren und zu überwinden. Und da kommen wir schon zu einem ersten Indikator. Bevor ich auf diesen Indikator eingehe, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz so im historischen Rückblick das zusammentragen. Als wir in stärkerem Maße nun uns der Ökologie zuwarnten, kam natürlich diese Kritik verstärkt auf, dass im Bruttoinlandsprodukt ökologische Schädigungen eigentlich nicht entsprechend enthalten sind als Schädigungen, als etwas Negatives, sondern eher die Beseitigung von ökologischen Schäden positiv bewertet wurde. Und damit eben, wie gesagt, eigentlich nur der ursprüngliche Zustand von ökologischen Zusammenhängen, also von Waldflächen, wenn es irgendwelche Verseuchungen gegeben hat in Wäldern und so weiter, der ursprüngliche Zustand nur wieder hergestellt wurde. Aber nicht eigentlich die ökologischen Systeme in dem Sinne zu einer Verbesserung geführt wurden. Das sollten wir so sehen. Und insofern haben sich dann zunächst erst mal so in den 90er Jahren, 1990er Jahren, einige Organisationen und Forschungseinrichtungen mit der Frage der ökologischen Indikatoren beschäftigt. Es wurden also ökologische Indikatoren gebildet, die genau dieses Problem sozusagen lösen sollten. Und dann eigentlich so zum Teil schon auch relativ früh, aber zum Teil auch jetzt erst so in den letzten 10, 15 Jahren wurden dann verstärkt Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt, die auch in der Literatur hinreichend aufgelistet sind und auch kommentiert sind, auf die ich dann natürlich auch nochmal zurückkomme. Nun die Frage, was ist denn an diesem ökologischen Fußabdruck oder ecological footprint so bedeutsam? Er zeigt auf, inwieweit wir, also vor allem die Menschen in den Industrieländern, die ökologischen Systeme überstrapazieren. Ist unser Fußabdruck so groß, dass die Absorptionsfähigkeit sozusagen aller Folgen möglich ist oder haben wir nicht einen Fußabdruck, der meinetwegen dreimal so groß ist oder gar fünfmal so groß oder wie auch immer. Das ist der Hintergrund dieses ökologischen Fußabdrucks und Sie können hier in dem Schaubild zwei Kategorien sehen. Einmal die Biokapazität und zum anderen dann eben den Fußabdruck selber. Das heißt die Nutzung sozusagen ökologischer Systeme. Und hier können Sie sehen, dass eigentlich angestrebt werden sollte, dass der Fußabdruck sozusagen parallel läuft oder zumindest ganz eng mit der Biokapazität zusammengeführt wird, weil wir dann im Prinzip in einem Art Gleichgewichtszustand wären. Der ökologische Fußabdruck fasst also die Nutzung natürlicher Ressourcen zusammen und gibt sie als Äquivalenzmaß bewirtschafteter Flächen, bioproduktive Flächen einer Region an. Das heißt also, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die Nutzung natürlicher Ressourcen und als Gegenstück sozusagen bewirtschaftete Flächen und ist dies sozusagen im Gleichgewicht. Darum geht es und dabei werden die Grenzen der Nutzbarkeit der Biosphäre deutlich, wenn das auseinander driftet, so wie das auch hier eben in dem Schaubild ist. Da werden unterschiedliche Länder abgebildet, der Weltdurchschnitt, aber darauf komme ich gleich nochmal ausführlicher zurück. Auf diesem Schaubild können Sie nochmal die Situation in verschiedenen Ländern sehen. Einmal China, Deutschland, USA und Angola. Und da können Sie den roten Kurvenverlauf sehen. Das ist der ökologische Fußabdruck und der andere Kurvenverlauf gibt die Biokapazität sozusagen wieder. Und Sie können eigentlich in allen Schaubildern sehen, dass im besten Fall irgendwann das mal auseinander gedriftet ist. So wie in China zum Beispiel, aber auch in den USA ist es auseinander gedriftet. Das heißt, hier in den USA geht sogar die Biokapazität herunter, aber der ökologische Fußabdruck hat zugenommen. In Deutschland haben wir eine etwas andere Situation, in dem der ökologische Fußabdruck immer eindeutig über der Biokapazität lag. Und dann schließlich Angola. Da haben wir die Situation, dass der ökologische Fußabdruck unterhalb der Biokapazität lag, aber die Biokapazität eben in Angola in den letzten Jahren dramatisch abgenommen hat und sich sozusagen dem ökologischen Fußabdruck zunehmend annähert. Das heißt, wenn wir uns das jetzt vergegenwärtigen, was bedeutet das? Dann können wir sagen, dass in allen Ländern, sagen wir bis auf Angola, der ökologische Fußabdruck größer ist als die Biokapazität und wir damit über unsere, um es etwas salopp zu formulieren, über unsere, also ökologisch über unsere Verhältnisse leben. Und Angola als noch relativ wenig entwickeltes Land ist im Prinzip nun auch auf dem Wege dorthin, dass der ökologische Fußabdruck eine, im Verhältnis zur Biokapazität eine größere Bedeutung bekommt. Und damit wird deutlich, mit diesem relativ einfachen Konzept, aber sehr anschaulichen Konzept, wo wir eben stehen und wo wir eigentlich auch hinmüssten. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder den ökologischen Fußabdruck und die Biokapazität zusammenführen, dass wir hier wieder zu einem Gleichgewicht zurückkommen. Denn, wenn unser ökologischer Fußabdruck eben deutlich größer ist als die Biokapazität, dann hat das natürlich für zukünftige Generationen eine sehr negative Auswirkung. Vorteile. Dieses Konzept des ökologischen Fußabdrucks verdeutlicht den zu hohen Ressourcenverbrauch der meisten Industrieländer, in zunehmendem Maße auch einiger aufkommender Entwicklungsländer und bildet gleichzeitig auch den Verlust an Biokapazität ab, etwa durch Landdegradation, womit wir uns hier auch in einem früheren Kapitel schon ausführlich beschäftigt haben. Nachteile? Es gibt natürlich Länder, nehmen Sie den Kongo, die einen sehr hohen Ressourcenvorkommen haben, also sehr viele Ressourcen abbauen können. Und da kann es natürlich dann dazu kommen, dass es hier zu Verzerrungen kommt. Das würde nämlich heißen, dass hier gerechtfertigt wird, ein großer Bestand natürlich Ressourcen auch durch ein hohes Nutzenniveau wahrzunehmen. Das ist natürlich problematisch und insofern müssen wir natürlich hier auch immer so ein bisschen beachten, wie ist die Ausstattung mit Ressourcen. Aber insgesamt habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, durch diese wenigen Schaubilder, dass wir hier eben bei dem ökologischen Fußabdruck wirklich auf einem, sagen wir mal, Abweg sind, insofern als dann eben zukünftige Generationen hier ihre Probleme bekommen. Wir werden dann nicht in dem Maße eine Welt hinterlassen, wo zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse in dem Maße befriedigen können, wie wir das heute tun. Selbst wenn wir den technologischen Fortschritt und viele andere Dinge mit einbeziehen, scheint das im Moment zumindest etwas problematisch zu sein. Jetzt kommen wir zum Human Development Index. Und das ist insofern interessant, als man für die Entwicklungsländer relativ früh festgestellt hat, dass der Indikator Bruttoinlandsprodukt sich für die Entwicklung von Entwicklungsländern gar nicht eignet. Es ist eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Entwicklung, aber nicht des Entwicklungsprozesses in diesen Ländern. Und insofern hat man schon relativ früh damit begonnen, also UN-Organisationen, die für solche Fragen zuständig sind, haben damit begonnen, zu sagen, wir brauchen eigentlich gerade für Entwicklungsländer einen anderen Indikator, um dann wirklich den Entwicklungsprozess besser abbilden zu können. Und da waren, wie Sie hier sehen können, eben unter anderem auch Amartya Sen, aber auch Desai und Ulhag wurden damit beauftragt, einen alternativen Indikator zu entwickeln. Und Amartya Sen hatte hier bei dieser Kommission eine führende Rolle, um eben einen neuen Indikator zu entwickeln. Und hier können Sie sehen, der Human Development Index wurde dann entwickelt. Und zwar geht es hier, wie Sie in dieser Übersicht sehen können, im Prinzip um die Lebenserwartung bei der Geburt als ein Indikator. Dann erfolgte Schulbildung als weiterer Indikator, erwartete gesamte Ausbildung, weil erfolgte Schulbildung ist manchmal eben sehr eng bezogen. Und deshalb ging es hier in einem Unterindikator sozusagen um die erwartete gesamte Ausbildung als Mittelwert in der Anzahl von Jahren. Und das hat man dann kombiniert in einem sogenannten Bildungsindex. Und C, Sie können also sehen, es gehen drei Teilindizes hier mit ein, ging schon dann auch das Brutto-Nationaleinkommen mit ein. Also nicht das Bruttoinlandsprodukt, sondern das Bruttoeinkommen, Bruttoeinkommen, Nationaleinkommen ging hier mit ein, um deutlich zu machen, wie ist denn die Lebensversorgung der Bevölkerung. Insofern handelt es sich hier tatsächlich um Indizes, um Indikatoren, die zusammengerechnet wurden, die zusammengenommen wurden und wo es dann eben um die Frage ging, wie stellt sich das vor allem für Entwicklungsländer dar. Und dieser Index wird heute auch weltweit gemessen, das heißt also sowohl für Entwicklungsländer, aber auch für Industrieländer. Und da kommen wir dann natürlich zu ganz interessanten Erkenntnissen, wie es sich um den Entwicklungsstand in den einzelnen Ländern handelt. Und vor allem, da dieser Indikator jedes Jahr neu rausgebracht wird, also Veränderungen hierbei berücksichtigt werden, können wir dann auch über längere Zeiträume erkennen, wie hat sich die Situation in den einzelnen Ländern eben entwickelt. Hier können Sie es sehen, da ist Deutschland, Türkei und dann der Sudan. Und da können Sie sehen, dass Deutschland ganz weit oben liegt, natürlich mit einem Human Development Index von etwas über 0,92 ungefähr. Dann die Türkei liegt darunter, hat einen Index von ungefähr 0,72, also der Index liegt grundsätzlich, wie Sie auch in diesem Schaubild erkennen können, zwischen 0 und 1. Und insofern können wir sagen, die meisten Industrieländer liegen so um den Faktor 0,9. Dann so diese mittleren Einkommensländer, wie die Türkei, liegen um die 0,6 ungefähr. Und dann schließlich natürlich ein besonders negatives Beispiel der Sudan mit einem langen Bürgerkrieg, viel Zerstörung, wenig positive Entwicklung liegt dann eben ungefähr bei 0,4. Das heißt, wenn wir uns das Ranking mal anschauen, so sind es vor allem die skandinavischen Länder, die ganz oben liegen, Norwegen, Finnland und so weiter. Dann kommen Industrieländer wie Deutschland, aber natürlich auch andere europäische Länder und dann geht das eben so runter. Und dann geht es natürlich hauptsächlich, dafür wurde der Indikator ja primär entwickelt, geht es um Entwicklungsländer. Wie entwickeln sie sich, wie entwickelt sich dieser Indikator? Und hier können Sie sehen, anhand der Farben auf dieser Weltkarte, wo die einzelnen Länder stehen, je dunkler die Flächen sind, also je dunkelgrüner sozusagen die Flächen sind, umso höher ist der Indikator, je heller es wird, umso geringer ist der Indikator. Vorteile sind die einfache Berechnung. Es ist richtig, es handelt sich um eine Erweiterung des Bruttoinlandsproduktes, um soziale Aspekte und dieser Indikator ist weltweit inzwischen verfügbar. Das heißt, er erscheint in dem Human Development Report jedes Jahr. Da können Sie dann hinten im Annex, also im Anhang sozusagen diese Tabellen aufrufen, können übrigens auch natürlich im Internet hier aufrufen, den Human Development Index und dann sehen Sie, wo stehen die einzelnen Länder, wie haben sich die einzelnen Länder entwickelt. Und da ist natürlich auch eine interessante Frage, wie haben sich denn gerade die aufstrebenden Entwicklungsländer, Indien, China und so weiter entwickelt, hat sich der Human Development Index in diesen Ländern verbessert. Was ist der Nachteil? Was ich besonders natürlich kritisiere, auch im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung, die ökologische Dimension ist gar nicht berücksichtigt, also es werden keine ökologischen Faktoren sozusagen hiermit einbezogen und es fehlt auch natürlich das Verteilungsmaß im Bruttoinlandsprodukt als zum Beispiel Teilindex. Man könnte ja sagen, je ungleicher das Volkseinkommen in einem Land ist, umso negativer sollte das hier mit eingehen, weil dann natürlich nur einige wenige hohe Einkommen hier das Bild verzerren und insofern gibt es auch natürlich gewisse Nachteile, die auch intensiv diskutiert wurden. Jetzt kommen wir zu dem Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW. Und da ging es nun explizit darum, das bisher vorliegende Bruttoinlandsprodukt zu korrigieren beziehungsweise einen alternativen Index hier zum Bruttoinlandsprodukt zu entwickeln. Dieser Index ist relativ aufwendig in der Berechnung und insofern ging es natürlich darum, dass man ihn zunächst mal berechnet hat, auch für Industrieländer, aber leider nicht weitergeführt hat. Darauf komme ich aber nochmal nachher drauf zurück. ISEW beruht auf einer Korrektur der herkömmlichen ökonomischen Indikatoren und wird ebenfalls in Geldeinheiten ausgewiesen. Insofern kann man ihn auch vergleichen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Berücksichtigt viele Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung und aggregiert die zu einem einzigen Wert. Bei dem ISEW werden nun die negativen Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, Umweltschädigungen etc. herausgerechnet. Also nicht positiv hinzugerechnet als Leistungen wie im Bruttoinlandsprodukt, sondern werden herausgerechnet. Zum Beispiel auch, wenn ich eine lange Anfahrtstrecke von zu Hause zur Arbeitsstelle habe, wird das auch negativ gewertet. Ausgangspunkt sind die privaten Konsumausgaben, die aber um einen Faktor, der die Einkommensverteilung abbildet, korrigiert werden. Also die Einkommensverteilung kommt hier eben auch mit rein. Weitere Korrekturen, ökologische Auswirkungen und soziale oder ökonomische Aktivitäten haben. Die Korrekturen sind länderspezifisch, was den Index international schwerer vergleichbar macht. Das heißt also, der Index wird auf die jeweiligen Bedingungen eines Landes angepasst und damit habe ich keine einheitliche Berechnungsmethode dieses Index und damit wird es natürlich international schwerer vergleichbar als das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel. Hier können Sie mal sehen, wie sich das für die Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat. Der obere Kurvenverlauf ist das Bruttoinlandsprodukt, der untere Kurvenverlauf ist der Index of Sustainable Development, Sustainable Economic Welfare, Entschuldigung. Und damit können Sie sehen, dass wir lange Zeit einen parallelen Verlauf hatten, ungefähr in Deutschland bis zum Jahre 1980 und dass es danach auseinandergedriftet ist. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt ist weiter angestiegen, während eben dieser ISEW dann abgefallen ist. Und der zweite Trend, den Sie hier beobachten können, ist, dass der ISEW immer unterhalb des Bruttoinlandsproduktes gelegen hat. Das heißt, eben durch die Herausrechnung von Umweltschädigungen etc. lag er immer unter dem Bruttoinlandsprodukt. Leider, wie gesagt, nur so ungefähr bis zum Jahre 1990 berechnet worden und seitdem wird er nicht weiter berechnet. Aber es gibt neuere Indikatoren, die unter anderem von dem Kollegen Diefenbacher und anderen entwickelt wurden und auch berechnet wurden, auch übrigens für einzelne Bundesländer. Können Sie gerne mal nachschauen unter dem Namen Hans Diefenbacher, der die ganzen Untersuchungen durchgeführt hat und auch die Bundesländer mit eigenen Indikatoren versehen hat. Da können Sie sehen, wie sich das im Prinzip weiterentwickelt hat. Denn diese Indikatoren basieren sehr stark auf diesem ISEW, sind etwas anders strukturiert, aber durchaus eben vergleichbar von der Zielrichtung her. Es handelt sich eben auch dann um Nachhaltigkeitsindikatoren. Aber wichtig ist einfach hier mal zu sehen, zu erkennen, dass wenn man diese, was wir vorhin auch schon als Kritik aufgegriffen haben, herausrechnet, dass dann das Bruttoinlandsprodukt doch deutlich, in Anführungsstrichen, schlechter abschneidet und darunter liegt. Wobei wir hier auch nochmal uns dann natürlich die Frage stellen sollten, was hat denn diese neue Berechnung hier von dem ISEW für eine Auswirkung auf unsere Lebensqualität. Es wird uns ja hier sozusagen nicht zweckgenommen, sondern es wird nur anders bewertet. Und damit wird natürlich auch deutlich, dass irgendetwas dazu beigetragen hat, ab 1980, dass der ISEW eben abgefallen ist. Und wenn wir uns mit Lebensqualität beschäftigen, dann müssen wir uns natürlich das speziell fragen, warum ist der hier abgedriftet, dieser Indikator, und was müsste getan werden, dass er dann auch wieder ansteigt. Denn hier wird dann wirklich das Thema der Lebensqualität abgebildet. Vielleicht ein Hinweis dazu, warum ist der so ungefähr um das Jahr 1980 in Deutschland abgedriftet. Und das trifft übrigens auch für andere Industrieländer zu. Das hat etwas mit dem Gesundheitsniveau zu tun, das hat etwas mit Umweltbelastungen zu tun und so weiter. Und dementsprechend geht es dann in der Tat darum, was müsste getan werden, wie gesagt, um diesen Indikator wieder auf das ursprüngliche Niveau hinzuführen und damit eben einen positiven Beitrag zur Lebensqualität von uns zu leisten. Vorteile? Der ISEW versucht, alle Nachhaltigkeitsdimensionen einzubeziehen. Also sowohl Ökonomie als auch natürlich Ökologie und Soziales. Im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt wird die Abnahme der Wohlfahrt durch Schadenskosten deutlich, was ich gerade schon angesprochen habe. Nachteile? Problem der Vergleichbarkeit, das hatte ich schon angesprochen, weil eben der jeweilige Länderkontext hier stärker berücksichtigt wird. Komplizierte, nicht leicht nachvollziehbare Berechnungen und aktuelle Berechnungen sind nicht verfügbar. Aber zum letzten Punkt hatte ich ja schon gesagt, dass wir hier heute andere auch einen nationalen Nachhaltigkeitsindikator für die Bundesrepublik Deutschland haben, aber auch eben Nachhaltigkeitsindikatoren für die einzelnen Bundesländer. Sodass heute im Prinzip weder die Bundesrepublik Deutschland noch die einzelnen Bundesländer sagen können, in Anführungsstrichen sich herausreden können, es gibt solche Indikatoren gar nicht und insofern können wir uns auch daran gar nicht orientieren. Man kann sich orientieren und wir hatten jetzt gerade kürzlich den Hans Tiefenbacher an der Uni Kaiserslautern, wo er uns mal den Nachhaltigkeitsindikator für Rheinland-Pfalz vorgestellt hat und auch gesagt hat, was bedeutet denn das für Unternehmen, was bedeutet das für die Regierung in Rheinland-Pfalz. Insofern sind wir hier durchaus einen Schritt weiter, in dem wir sagen können, neben dem Bruttoinlandsprodukt gibt es sehr wohl eben entsprechende Indikatoren, Nachhaltigkeitsindikatoren, die eben auch unsere Lebensqualität abbilden. Nun kommen wir zu dem letzten Punkt, zu der Stieglitz-Senn-Fetussi-Kommission, die einberufen wurde, wie gesagt, von dem französischen, ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy und das Interessante ist, dass eigentlich in allen oder in fast allen Industrieländern solche Kommissionen einberufen wurden. Wie gesagt, in Deutschland wurde eine Enquetekommission Wachstum und Lebensqualität einberufen, die genau in diesem Feld auch tätig geworden ist. In England gab es eine Kommission und wie gesagt auch in anderen Industrieländern. Man ist also durchaus in den letzten Jahren interessiert gewesen und ist interessiert, welche Bedeutung hat das Bruttoinlandsprodukt heute noch und wie notwendig wäre es eben auch alternative Indikatoren zu haben. 2008 wurde eben diese Kommission eingesetzt und hatte den Namen Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Josef Stieglitz gehört heute zu den hervorragenden Ökonomen international und insofern war diese Kommission nun wirklich hochrangig besetzt und da gehörten natürlich viele andere noch dazu, die mit diesen drei ausgewiesenen und international sehr reputierten Ökonomen hier zusammengearbeitet haben. Josef Stieglitz, Amerikaner, US-Bürger und US, also in den USA als Professor tätig. Amartya Sen habe ich schon vorgestellt und dann der französische Professor Jean-Paul Fetussi. Das Ziel der Kommission war, ich möchte das einfach ganz kurz zusammenfassen, gar nicht das ganze Zitat hier vorlesen, die Grenzen sozusagen des GDP, also des Bruttoinlandsproduktes aufzuzeigen und unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien dann auch gegebenenfalls zu Empfehlungen kommen, wie sollte diese Diskussion um andere alternative Indikatoren weitergeführt werden. Die Aufgabe der Kommission nochmal, die Kommission beschäftigt sich mit den Grenzen der Aussagefähigkeit des Bruttoinlandsproduktes mit dem schwer zu messenden Begriff der Lebensqualität und schließlich explizit mit Nachhaltigkeit. Da haben wir also schon diese drei Ebenen, mit denen Sie sich zu beschäftigen hatten. Einmal, wie gesagt, mit der rein ökonomischen Ebene des Bruttoinlandsproduktes, brauchen wir diesen Indikator noch, dann mit dem Begriff der Lebensqualität und schließlich mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Insofern war diese Kommission etwas anders ausgerichtet als zum Beispiel in Deutschland, wo es hauptsächlich um den Indikator Bruttoinlandsprodukt ging. Betont wird besonders die Bedeutung von geeigneten Indikatoren, denn what we measure affects what we do. Die Kommission betont die Notwendigkeit, die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes zu verbessern, stellt aber auch klar, dass das Bruttoinlandsprodukt weiterhin ein wichtiger Indikator bleibt. Und darauf möchte ich nochmal abschließend jetzt so ein bisschen eingehen. Nämlich, worum ging es? Es ging also darum, zunächst erstmal deutlich zu machen, sollen wir diesen Indikator Bruttoinlandsprodukt ganz fallen lassen und nur noch andere Indikatoren zur Messung von Lebensqualität heranziehen. Und ich nehme das Ergebnis vorweg. Ich habe dann noch die ganzen Empfehlungen Ihnen hier zusammengestellt, die Sie dann auch gerne nochmal nachlesen können, aber das möchte ich jetzt im Moment hier nicht alles vortragen. Zu welchem Ergebnis kamen Sie? Sie haben gesagt, im Prinzip sollten wir in der Tat drei verschiedene Indikatoren haben, mit denen wir unterschiedliche Dinge auch messen wollen. Sie empfehlen, das Bruttoinlandsprodukt aufrechtzuerhalten, aber Sie sagen, wichtig ist, dass wir wirklich auch analysieren, und das finde ich sehr richtig, was wächst überhaupt in einer Volkswirtschaft, welche Auswirkungen hat dieses Wachstum in den einzelnen Branchen, auch auf die Ökologie, auf die ökologischen Systeme, und wie verändert sich auch das Wachstum? Es ist ja nicht so, dass bestimmte Branchen ständig wachsen, andere schrumpfen oder andere fallen irgendwann hinten runter, sondern da gibt es eine riesen Veränderung. Auch jetzt die Frage, wie wird sich das Wirtschaftswachstum im Kontext der Digitalisierung der Wirtschaft verändern? Und insofern sagen Sie, A, Aufrechterhaltung des BIPs, aber unter Berücksichtigung auch struktureller Veränderungen etc. Zweiter Punkt, wir sollten einen Indikator haben, da haben Sie auch gewisse Empfehlungen dafür, zur Messung der Lebensqualität der Menschen. Und das hat natürlich dann eher einen qualitativen Hintergrund, die Lebensqualität der Menschen zu messen. Und drittens, dann einen dritten Indikator zu messen, wie steht es mit der nachhaltigen Entwicklung. Und dabei geht es den Dreien oder dieser Kommission hauptsächlich um die Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit. Das heißt also, es soll gemessen werden, inwieweit die nachhaltige Entwicklung tatsächlich darauf abzielt, dass auch zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse in ähnlicher Form befriedigen können, wie wir das heute tun. Fazit, in dem Report geht es nicht nur um den Indikator Bruttoinlandsprodukt, wie ich gerade schon gezeigt habe, sondern es geht eben um unterschiedliche Indikatoren. Ja, das Bruttoinlandsprodukt soll mit dem Wohlbefinden der heute lebenden Generation und zukünftiger Generation durch ein Indikatorensystem abgestimmt und erweitert werden. Also, wenn wir die drei Indikatoren haben, auf den drei verschiedenen Ebenen, dann geht es eben auch sehr stark, gegebenenfalls um die Korrektur des Bruttoinlandsproduktes, wie das hier in dem letzten Punkt aufgeführt ist. Es soll mit dem Wohlbefinden der heute lebenden Generation und zukünftiger Generation durch entsprechende Indikatorensysteme abgestimmt werden. Hier ist das nochmal zusammengefasst, diese drei Dimensionalitäten bei diesem Gutachten. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Zusammenfassung. Es existieren alternative Indikatoren zum Bruttoinlandsprodukt. Kein Indikator scheint auszureichen, um die Komplexität der Messung von Wohlfahrt und nachhaltiger Entwicklung gerecht zu werden. Insofern plädiere ich im Sinne der Kommission, die von Sarkozy einberufen wurde, auch. Wir brauchen oder sollten sicher in Zukunft verschiedene Indikatoren haben, weil wir einfach zu verschiedene Bereiche haben, die hier in dem Zusammenhang auch im Kontext nachhaltiger Entwicklung zu messen sind. Damit komme ich dann auch zu den Fragen, die hier aufgeführt sind und zur Literatur und möchte mich damit bei dieser Episode verabschieden. Dankeschön. 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 Dankeschön.